Nur du! Die nächsten Hauptschüler, bitte. Viel Glücksmann! Ja, danke Patrick. Ja, okay, Leute, wir fangen jetzt an. Ah, das Kabel, das brauch ich mal eben. Ah, also, Leute, wir sind die Assis Five und spielen heute für euch. Okay, wir legen da mal los. Mal gucken, wie gut die Assis sind. Ah, ich könnte mich da mal spielen. Wow, ich auch! Hm? Hm? Los, aus, vorbei, vorbei, Schluss, hab ich gesagt. Zurück in die Sonderschule, so bringt das gar nix hier. Ich bin doch nicht lernbehindert.